Leute, ich schlage ja sowas von falsch. Nur vor zwei Wochen habe ich gesagt, hey, dieses und jenes funktioniert nicht in der Winchi Resolve, wie zum Beispiel Luma Fade Transition als Preset speichern. Falsch! Seit 16.2 kann man das und ich habe in diesem Video irgendwo einen QR-Code reingebaut, wo ihr euch das Preset runterladen könnt. Aber ihr müsst es finden, denn es ist Ostern. Aber mal ganz davon abgesehen, mit diesem Update von 16.2 kann man sich jetzt einfach Fusion-Sachen als Transition speichern. Dieses Update ist so krass und ich werde jetzt in Zukunft einiges an Transition-Packs bauen. Manche for sale, manche for free, denn ich muss mich ja auch irgendwie finanzieren. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei mit dem Kauf von irgendeinem Transitions-Pack. Und ich habe ja schon einen Transitions-Generator gehabt. Und in Anbetracht dessen dachte ich, ich bastle meinen Transition-Generator so um, dass man ihn auch als Preset speichern kann. Und er ist jetzt verfügbar unten in der Beschreibung als 4.0. Und falls du noch nie mit meinem Transition-Generator gearbeitet hast, das hier ist ein Einstiegsvideo für dich. Der Transition-Generator kommt mit Presets geliefert, die du in den Ordner speichern kannst, den ich dir jetzt hier auf dem Screen einblende. Und diese kannst du einfach per Drag & Drop auf deine Footage ziehen, um coole Transitions zu erhalten. Und diese kannst du dann auch noch etwas anpassen, indem du die Settings im Inspektor änderst. Aber um die volle Kraft des Transition-Generator zu nutzen und dir eigene Presets anzulegen, möchtest du anders beginnen. Und zwar suchst du dir ein Cross-Dissolve aus deinen Fusion-Transitions raus. Den ziehst du einfach auf deine Footage drauf und klickst mit Rechtsklick drauf und gehst auf Open in Fusion Tab. Und genau hier können wir dann alles bearbeiten. Den Cross-Dissolve in der Mitte brauche ich nicht und ich schiebe den Media in 1 und den Media in 2 weiter nach oben, weil, das wirst du gleich sehen, der Transition-Generator hat oben seine Eingänge. Aus dem Ordner, wo du dir den Transition-Generator hingespeichert hast, ziehst du jetzt die leere Edition, also Blank, rein und du siehst, es sind sehr viele Noten, aber keine Sorge, du kannst 80% von ihnen ignorieren. Okay, zuallererst musst du dein Media in 1 und dein Media in 2 verbinden und da gehst du einfach in die vorgesehenen Ports hier oben, links Media 1, rechts Media in 2 und ganz unten rechts suchst du dir noch dein Media Out und schon sehen wir wieder was. Supi! Okay, der Transition-Generator ist quasi aufgebaut wie ein Baukasten in einzelnen Abschnitten, die du miteinander verbinden kannst, um unterschiedliche Transitions zu generieren. Dabei hast du folgende Abschnitte. Du hast einmal den Abschnitt Flicker, dann hast du Slides und dann hast du Texturen und Modifier. Texturen und Modifier sind hierbei die zwei wichtigsten Komponenten, um interessante Transitions zu bauen. Aber schauen wir uns mal an, was es eigentlich macht. Du siehst auf der linken Seite, siehst du die Fast Noise Note und auf der rechten Seite siehst du den Media Out. Und du siehst überall da, wo weiß ist, ist unser neues Bild, also das zweite. Und auf dieser Idee basiert alles. Wenn du dir jetzt mal hier die Plasma Transition anguckst, dann siehst du überall da, wo weiß ist, ist das neue Bild. Und du kannst diese ganzen Texturen einfach verändern, indem du sie in einen anderen Modifier reinziehst. Du möchtest also von einer Textur, also der Fast Noise oder dem Plasma, also der Ende der Plasma Kette, in einen Modifier gehen, um die Textur zu verändern. Wie du hier siehst, ist der Unterschied zwischen der originalen Fast Noise und einem anderen Modifier etwas anderes. Du kannst hierbei natürlich auch mit den Settings von deinen Texturen und von den Modifiern spielen, um ein anderes Resultat zu bekommen. Denk daran, dass du von dem Modifier, in den du reingegangen bist, auch noch die letzte Verbindung in diesen Input hier verbindest. Möchtest du die Transition von links nach rechts oder von rechts nach links geschehen lassen, so verbindest du einfach die Ellipse oder das Rectangle mit deiner Textur und stellst oben in dem L&R-Regler den Regler auf links oder rechts, je nachdem kommt er von links oder von rechts. Möchtest du eher eine runde Transition haben, dann nimmst du die Ellipse. Möchtest du eine gerade Transition haben, so nimmst du das Rectangle und bestimmst dadurch, wie sehr dein Swipe aussieht. Ganz unten links befindet sich die Sektion der Flicker. Hier hast du die Möglichkeit, zwischen vier unterschiedlichen Flicker-Arten zu wählen. Einmal der konstante Flicker, der die ganze Zeit durchflickert. Dann haben wir noch einen Zufallsflicker, der zufällig auswählt, ob ein Bild angezeigt wird oder nicht. Und dann haben wir noch die Varianten von schnell zu langsam und von langsam zu schnell. Meine persönliche Lieblingsvariante ist die von schnell zu langsam. Diese kannst du dann einfach am Ende in den Input verbinden, um eine Flicker-Transition zu erzeugen. Wenn du eine Flicker-Transition baust, solltest du auf jeden Fall den Displays rausnehmen. Und um den Displays geht es als nächstes. Der Displays macht, dass alles in dem Bild bei der Transition wabert. Schau dir hier einmal die blaue Linie an und am Ende ist die blaue Linie gerade. Das macht dieser Displays, dieses Wabern. In der Notekette liegt der Displays genau hier. Und wenn du ihn einstellen willst, dann kannst du die Refraction-Strength verändern. Wenn du ihn rausnehmen willst, löschst du einfach die Expression, die hier liegt. Und schon haben wir kein Displacement mehr. Ich mag aber das Displacement und mache das Ganze hier mal rückgängig. Und ich möchte das Ganze noch auf die Spitze treiben. Dazu schreibe ich hier diese Expression in Klammern und gebe ein mal zwei hinten dran. Dadurch wird alles richtig stark verzerrt. Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Mit den Texturen kannst du von links nach rechts in die Modifier gehen, um deine Transition zu erzeugen. Dann musst du eigentlich nur noch in den Texturen oder in den Modifier die Regel rumschieben, bis du etwas hast, was dir gefällt. Wenn du die Transition von links nach rechts swipen lassen willst, nimmst du einfach Rectangle oder Ellipse und führst die in die blauen Pfeile von deinen Texturen. Okay, sagen wir jetzt mal, das hier ist die Transition, die ich cool finde und auch mir als Preset speichern möchte. Dazu gehe ich ganz einfach wieder zurück in die Edit Page und kann jetzt mit Rechtsklick auf die Transition mir dieses Preset speichern. So, dann gebe ich ihm noch einen Namen und jetzt erscheint die Transition unter den User Transitions und du hast sie immer ready, um sie per Drag and Drop auf deine Videoclips zu ziehen. Hey, wenn du was mit dem Transition Generator machst, dann tag mich doch auf Instagram und schick mir vielleicht ein Makro oder eine Settings Datei, damit ich die als Preset für euch alle bereitstellen kann. Wir können uns als Community zusammenrotten, die geilsten Presets bauen und wenn ihr mir sie schickt, dann baue ich sie in die Preset Library mit ein, die mit dem Download von dem Transition Generator kommt. So, ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim weiteren Ausprobieren und frohe Ostern. Bis dann, Kameramagia. Ciao!